Aktivieren Sie diesen Shade-Knoten. Isaac wird Sie dorthin führen, wo Sie hinmüssen. Laut Espinosa wimmelt es nur so von Hyenas. Keine Ahnung, was Sie hier tun, aber Sie werden Ihnen wahrscheinlich im Weg sein. Damit wir dann der restlichen Kampagne folgen können. Neben Missionen wird es dann im Stream geben, heute Abend zum Beispiel. Mal schauen, wie viele Folgen ich heute noch bringen werde. Wenn ich nicht vorher nur Alt-F4 drücke, weil mich das mit der Maus sehr aufregt. Das sind so Sachen, die mich immer im Spiel dann ganz schnell abfacken können. So, um jetzt mal meinen Satz zu Ende zu führen. Also das sind so Sachen, die mich ganz schnell wirklich abfacken. Oh, eine Waffenkiste. Äh, ja, die Vector. Die war ja nicht so gut hier. Die hat, naja, beseitig, die ist schon relativ gut. Das Problem ist, dass die, oh, noch eine Waffenkiste. Dass die so ein kleines Magazin hat. Hab ich doch schon. Hätte ich die auch in grün? Ja. Müsste ja gleich sein. Ach krass, die hat weniger Damage als die. Das Problem ist, dass die so ein fucking kleines Magazin hat. Wenn die ein 30er Magazin hätte, ähm, weil die so schnell schießt, macht die, wäre das extremst geil. Aber ich glaube, dann wäre die Waffe OP. Obwohl, im ersten Teil war die Vector richtig gut am Anfang. Boah, ich glaube, das war so meine Hauptwaffe am Anfang. Boah, ich glaube, das war so. Boah, ich brauche den Schuss. Boah. Boah. Boah, 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 boah. Okay, da habe ich gerade ein bisschen Scheiße gemacht. Oh, guck mal, wieso da liegt. So, wie kann ich... Ach so, mit der leertest. Wenn ich besser zu nah ran und dann kam von links der Granatwerfer. Okay. Wir haben hier in der Sägepläne von einem anderen Band. Okay. Yo! Entschuldigung, das musste gerade mal ganz böse sein. Wow, 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 ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe gerade echt nicht drauf geachtet. Ich erachte gerade so dermaßen darauf, dass der Mauszeiger nicht links und rechts rausgeht, dass ich nicht auf Deckung und alles an. Das lenkt mich so dermaßen ab, dass ich mich nur ganz vorsichtig bewege. Das ist das Fakt, mich gerade riecht. Schon wieder. Ich brauche Kaffee. Schade, dass es seit drei Monaten keinem mehr gibt. Ich fack mich so ab gerade. Eintreffende Verstärkungsaufforderung. Oh, ich muss mich beruhigen. Ich muss mich ganz doll beruhigen. Ich so ganz langsam mich drehe, dann funktioniert es. Nicht aufregen, Sascha. Nicht aufregen. Hat hier noch irgendwas? Nee, das ist geloadet. Nee, geloadet ist geloadet. Schade. Alle Gegner weg hier. Hey, da sind sie weg. Da sind welche. Hau, au, au, schon wieder. Nein, ich bin schon wieder... Oh, es ist, weil ich mich zu schnell gedreht habe. Es wird nicht gut enden. Wie kann man das ausschalten? Könntest du mit Controller spielen, aber es ist ja nicht so ein Zweck der Sache. Oh, das ist kaputt. Und schon. Ich fange echt gleich an zu heulen. Das glaubt ihr gar nicht. Das wird noch übel. Wie gesagt, der wird deswegen, werde ich bestimmt noch ein paar Mal sterben. Und richtig auf die Fresse kriegen. Spinoza hat sich zuletzt über Funk aus einem Parkhaus unweit des Schildknotens gemeldet. Isaac kennt die Position. Oh, es waren mehrere. Oh, es ist kaputt. Ach, nein, ich bin schon wieder... Nein... Ich bin schon wieder... Ach, dieses Spiel... Ich habe gerade richtig überhaupt keine Lust mehr auf das Spiel. Ich fange gleich an zu heulen, ey. Ach, nee, äh... So ist es tatsächlich wirklich unspielbar. Es muss da irgendeine Möglichkeit geben... Ah, nicht so weit rein. Ich kenne das ja schon. Das irgendwie auszuschälen. Ja, viel Spaß. Kabumm. Steht ich natürlich nicht. Ich muss hier nachdenken. Im Bett deiner Mutter. Das war lustig aus. Oh, nein. Das Problem ist, ich konzentriere mich die ganze Zeit auf diese Scheiß-Maus. Trotz, wirklich durchgehend. Und dadurch achte ich nie... Ich schauze die Scheiß-Maus. Das war's. Ich kann mich nicht nach rechts drehen. Es ist zum Kotzen. Das war's. 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 Was? Wie kommt der denn hinter mich? Mh. Der Schuttgang war auch vielleicht nicht die beste Idee. Oh, was wirft Distanz. Was? Was? Das fackt mich doch. Oh, ah. Was? Das dürfte der Knoten sein. Isaac wird sie führen. Ach, die Mission ist das. Ich hab die ganze Zeit gedacht, das wär diese Mission, wo der Division Agent... Ich hab gedacht, hä? Wann wird denn nicht mal getötet? Aber das ist eine andere Mission gewesen. Wir müssen diesen Knoten ja wiederherstellen. Wenn ich das ganz langsam mache, aber sobald ich das ein bisschen zu schnell mache... ... 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 Meine Rüstung ist glatt. Wow! Nein! Das wusste ich. Das Problem ist, ich spiele wirklich so vorsichtig gerade, damit die Maus mir nicht rausrutscht, dass ich in allem anderem so übelst eingeschränkt bin. Jetzt habe ich mich zu schnell bewegt, jetzt ist die Maus raus. Ich heule fast, weil mich das so auffregt. Ja, heule nicht, aber ich bin echt kurz davor, 4 zu drücken und zu sagen, fick dich, spiel. Ich spiele lieber, keine Ahnung, Tetris. Ich spiele, keine Ahnung. Ich spiele, keine Ahnung. Ich spiele, keine Ahnung. Ich spiele, keine Ahnung, darbergen die Mann nicht rausfallen. Ich spiele Studierungen, keine Ahnung. Also falls sie zu groß, vielenрий sniper, dass ihr dann in Trocken noch verl occurs müsst. Das hat mich noch nicht gewusst, nicht immer coaching es um den яв und zu sagen und ich habe sich um einen Bezug zu bleiben. Ich bin damals und meinte. Ich bin jeden Soldat ab. medikett 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 wenn man auch da hat er nicht aufs auto drauf die sniper ist so heftig warum voll der bewegungslegers t-niger ich auch gehört wie irgendwie das auto schüttel losgefahren ist so oh Ah, nein! Wie gesagt, es tut mir leid, wenn es eine ganz einfache Möglichkeit gibt, das auszuschalten. Außer, wie gesagt, ich bin schon im Vollbildmodus. Ich habe es noch nie erlebt, dass im Vollbildmodus sowas passiert. Es tut mir leid, wenn es eine ganz und ich nicht weiß, wie das funktioniert. Es tut mir wirklich leid, ich kann mich da nur 20.000 mal entschuldigen. Oh Gott. Hey Leute, noch bin ich gesprächsbereit. Aber entscheidet euch schnell. Ich weiß nicht, wie viel er noch aushält. Genug. Der stirbt erst, wenn ich auf dem Dach bin. Konzentrieren Sie sich. Nein! Nein! Es geht fast... Komm nicht aus der Deckung raus! Ach, ich... Oh... Das regt nicht gerade so auf, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Das regt nicht. Ich weiß, ich hab mal erschossen. Einer weniger. Nein, keine Maffe. Nein, keine Maffe. Nein, keine Maffe. Fuck, mach dir Arsch, sau. Keine Ahnung. Ich bin nicht besetzt, auch nicht. Ja, komm, mit der Pistole. Ich bin nicht besetzt, auch nicht. Ich bin nicht besetzt, auch nicht besetzt. Ich bin nicht besetzt, auch nicht besetzt. Weil ich hab jetzt echt hier fünf Versuche gebraucht, wovon ich viermal gestorben bin, weil eben genau die Scheiße passiert ist. Und einmal bin ich aus meiner eigenen Dummheit gestorben. Wie gesagt, ich werd das wahrscheinlich rausschnippeln. Weil es macht sonst keinen Sinn. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Klatsch. Kein Lebenszeichen bei Agent. Er hätte hier nicht sterben müssen. Hab noch mehr in Konto. Ich glaub aber langsam, dass meine Waffen ein bisschen zu schwach sind für die Gegner. Da geht's jetzt auf einmal aus der Deckung raus. Da geht's jetzt auf einmal aus der Deckung raus. Oh. 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 Hinter mir? Wieso hinter mir? Wieso da hinter mir? Also wie gesagt, immer wenn das passiert, wisst ihr... Ich spiele Scheiße. Nope. Mein Inventar ist voll. Wie geil. Wieso? Ach so, Tabellator. Äh, ich hab nur zerlegen, geh gesehen. Äh. Äh. Dieses elendige alles bestätigen und... Warum muss ich das bestätigen, dass ich jetzt Komponenten erhalten habe? Ja. 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 Na ja, wenn es neblich ist, sonst regnet man die, ich sie nicht sehe, dann dürften... theoretisch auch nicht ziehen aber naja wissen so sind spieler ist nein ach das ist sehr gott sei dank ich habe neue informationen nicht mit ihnen und many teilen möchte wir werden gehen wir ins weiße haus machen wir machen das weil wir auch die punkte einfach mitnehmen also die so schnell schnell reise punkte level punkte operations basis her wo ich mich mit aufleben kann ihr wisst was ich meine und dann machen wir auf jeden fall heute unter folgen die in der folge die zwei anderen müssen auch wenn es jetzt zwei stunden dauert ein bisschen werde ich schneiden jetzt 20.000 mal sterbe die überwachungskameras sind wieder online und unsere karte von dc im lagezentrum ist aktualisiert in der kantine gibt es jetzt endlich vernünftige kochutensilien und gemütliche plätze zum essen man kriegt mein karte zum entspannen ist ein gewinn für die moral wir bekommen regelmäßig nahrung wasser und medizinisches material einen teil davon behalten wir meinen vorrat anzulegen die überschüsse werden dann zivilisten in not weitergegeben kommt zu glauben dass wir wieder sowas wie überschüsse haben das weiße haus erwacht wieder zum leben machen sie weiter so selbst verfreilich sehr sehr gerne mag das spiel aber es macht es mir so ein bisschen kaputt ich mache das schweißer gladen sonst kann ich meine scheiß karte nicht fertig stellen schon gut während der schere vier eisek geweckt hat habe ich ein paar türen eingetreten was rausgefunden ein paar neue schimpfwörter was nützliches ich weiß wohin das heilmittel geschickt wurde doch das kann ich doch gar nicht wir kommen nicht durch die verteidigung noch nicht doch wenn wir mit dem satelliten verbunden sind und der schade hauptknoten online ist sind wir wieder voll einsatzfähig dann sind wir bereit und bis dahin präsident alles hat den absturz überlebt und wird von einer der fraktionen festgehalten wir müssen ihn finden am arsch es könnte jederzeit zu einem weiteren ausbruch der seuche kommen wir brauchen keine politiker wir brauchen das heilmittel vielleicht brauchen wir ihn um es zu bekommen es wird an einem sicheren ort sein okay wir sehen was wir tun soll ich mich jetzt geschmeichelt oder beleidigt fühlen neuer einsätze ja das ist wie gesagt das machen kann ich nichts mehr machen kann nichts machen jetzt ähhhhh was ist denn die scheiße sind der quartier meister projekt so blau paul theater ähhhhh ich hab doch gerade Handschuhe gespendet warum funktioniert das ja nicht hier funktioniert es ach doch jetzt hat es genommen tragbares elektronisches gerät erkannt so nein ach komm mal und wann haben wir was du der quartier meister du warst nicht der quartier meister doch was kann das denn was kann das denn ah ok der scannt so sprengsatz komm wir schalten erstmal das fällt das ist doch der standard wir haben ja ich glaube ja genau ok Warum muss ich das immer noch bestätigen? Das verstehe ich nicht. Das ist so obernervig. So. Warum sagt er mir jetzt nicht einfach okay, freigeschaltet, alles gut. Bumm. Nö. Ah, verdammt. Das ist falsch hier eben. Okay, super. So kann ich meine Shade-Technologie auf, aber das ist mir am liebsten, wenn das hier maximal aufgefüllt ist. Er macht hier sehr komische Geräusche. So, verkaufen wir mal den Rest, den wir nicht brauchen. Genau, was ich wollte. Buchklop. Läuft bei denen. Schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. So, das werden wir mal alles behalten. Was kann man denn cool ist bei dem Kaufen? Alter, nix so. Was ist das denn? Liegen, die Ausstattung, Wertverbesserung. Was ist grubellos? Ja, das sind ja die Sachen, die habe ich doch schon. Egal, wir gehen mal zurück. Nein. Kein Interesse. Da geht's raus. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Da ging's jetzt hier raus? Da ging's raus. So, wir wollten... Ich wollte aber hier unten die... in der Folge heute, wie gesagt, das wird's heute. Häusen Sie die Seebewegung auf dem Dach. Command? Briggs hier beim American History. Sprechen Sie, Briggs. Die Seebewegung auf dem Dach, in der Nähe des Funkmasts. Agent. Die True Suns nutzen die Senderkapazitäten des Viewpoint Media Museum, um ihre Truppen zu koordinieren. Wir haben gesagt, dass Sie für Wartungsarbeiten vom Netz gehen. Also können Sie keine Verstärkung rufen. Das ist unsere Chance. Das ist schon... Das ist tatsächlich schon eine Hauptmission. Eine neue. Aber irgendwo war da noch mit... Amo, was? Amo, nee. Hey, Coffield. Hier ist Simmons. Wir sind in der Nähe der Bibliothek und hier simmelt es von Hyena. Ach, wir sollten Sie aufsprengen. Wo kommt all das Zeug her? Von ein paar Familien aus einem... Verdammt, ich hab doch schon gesagt. Ich weiß wirklich nicht, wie man ein... Hm. Wo kommt all das Zeug her? Von ein paar Familien... Aber da waren doch noch Missionen mit, 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 ähm... Zum Beispiel der, der... Unabhängigkeitserklärung. Ich weiß wirklich nicht, wie man ein... Grofink, hier ist ein... Amo, wir sollten Sie aufsprengen. Wofür? Die wollen haben sicher... Also ich orte ein Versteck mit Shade-Tag in einem Außenposten der Truth. Sehr seltsam. Ich sehe Bewegung auf dem Dach in der Nähe des Furchtmast. Geht es für euch bald wieder nach Süden? Die nächste Tour ist... Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Command, Briggs hier beim American History. Sprechen Sie, Briggs. Wir haben hier ein hohes Tier der Hyenas, das Interessantes zu berichten hat. Command, Briggs hier beim American History. Wir sollten Sie aufsprengen. Wofür? Okay, das ist sehr seltsam. Mir fehlen die Missionen... Mir fehlen zwei Missionen. Oder haben wir das Nebenmissionen, die noch nicht aufgedeckt sind? Okay. Weil wir erst das Safehouse da machen müssen? Wer war jetzt nicht so intelligent, der hätte man auch hinlaufen können. Das ist... Aber hier ist auch das Zeichen mit Hauptmission. Also bis dass er da war, müssen wir auch hin. Entkossen! Ja gut, wir holen mal doch das Safehouse. Dann wird es heute doch keine so lange Folge. Also ich denke, ich werde, wie gesagt, heute Nachmittag streamen. Wir haben es jetzt halb zwei nachts. Dann können wir ja die Nebenmissionen weitermachen. Ich kann ja gleich noch eine dritte Folge aufnehmen mit den neuen Hauptmissionen. Also dass ich im Let's Play nur Hauptmissionen mache und im Livestream nur Nebensachen. Da macht schon wieder so ein Geräusch, als ob wir irgendwo... Sehr seltsam alles. Was sind das für Geräusche? Was sind das für Geräusche? Nicht gut. Moment, eine Hinrichtung habe ich doch für ihn auch schon gemacht. Eine Hinrichtung hatten wir doch für ihn auch schon gemacht. Diesen Platz. Also haben wir Leute davor gerettet. Ist ja seltsam. Aber wenn wir noch eines neuen Dörpers brauchen. Ach. Und immer Oil... Du kannst das... ... Abwinden. Oh, ich bin einiger Hund... Und momentan. Aber. stimmung gefunden gegen stadt entdeckt wichtiger gegenstand entdeckt das teilschädel system ich habe hier interessante aufklärungsdaten da haben sie alle hände voll zu tun okay super egal was ich mal gucken wollte die geschichte noch nicht ausgestattet natürlich steht ganz schön viele afk rum sehr sehr gruselig wir machen an der stelle feierabend wie gesagt ich bin überlegen ob ich jetzt noch eine folge aufnehmen die ich weitere hauptmission mache und wir werden dann im stream wahrscheinlich leider nur nebenmissionen machen dass wir das hier alles so freischalten und so was hier so was hier und so was eigentlich mehr plan und im let's play mache ich nur hauptmission leute wenn es euch gefallen hat schreibt es doch in die kommentare gebt mir da oben und ich hoffe wir sehen uns beim streamen und vielleicht noch bei einer dritten folge gleich ansonsten vielen dank bis dann schon ja 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 ja